Hey Freunde, ich habe mir ein kleines Spielzeug zugelegt und das wollte ich euch mal zeigen. Komm mit. Wahnsinn, oder? Geh mal, oder? Geh mal, oder? Auf den. Wir sind schon ein bisschen. Ja. Ja. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie ganz herzlich und vielleicht sehen wir uns morgen mal auf der Straße.